Heute zeige ich Ihnen die Agat Taucheruhren im Größenvergleich. Dies ist die erste Kampftaucheruhr aus Russland von der Firma Agat aus den 50er und 60er Jahren mit einer Breite von 7 cm inklusive Krone. Der offizielle Nachfolger davon ist die Agat 192. Die ist exakt baugleich zur alten Uhr aus den 50er Jahren, auch mit einem Durchmesser von stolzen 7 cm inklusive Krone. Etwas einfacher zu tragen ist das Modell 193 mit Automatikkaliber. Das hat einen Durchmesser von 53 mm, also 5,3 cm plus Krone, Automatikkaliber. Und besonders angenehm zu tragen für so eine große Taucheruhr ist das neue Modell 195 mit einer Durchmesser von 46 mm, was 5,7 cm mit Krone ist. Die Uhren sind natürlich alle wasserdicht, sind aus sehr hochwertigem Edelstahl handgefertigt und die Krone öffnet sich durch den Schraubverschluss. Und hier sieht man dann die Krone, mit der man die Uhr zeitstellen kann und aufziehen kann, wobei es ja ein Automatikkaliber Vostok 2415 ist. Diese Uhren sind sowohl mit Krone links als auch Krone rechts lieferbar, zumindest die beiden kleineren Versionen. Und hier sieht man dann die Krone, mit dem Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss. Und hier sind die Krone lustig, mit der Drang schraubverschluss aus dem Schraubverủngschrankt reinigen. Die Krone, die eine Schraubverschlüsse zu den Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss aus dem Schraubverschluss aus der Schraubverschluss aus dem Schraubversérica nach dem Schraubwasses,